Wondi, lass das. Bist du einfach an dir vorbei gerannt und hast gar nicht guten Morgen gesagt, ne? Nee, 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 Lilli, lass liegen. Ja, müssen wir gleich wegmachen. Ah, 113 Morgenschiss, ne? So, und was quarkst du? Bist du ein Quarkfrosch? Na, das ist ja Wondi. Lilli, eine... Lilli ist wach, hm? Ja. Quarkfrosch. So, jetzt müssen wir 113 erstmal nochmal durchlassen. Du kannst da ruhig vorbei, das Lilli quarkt nur. Bist du noch nicht so weit? Ich glaube, du sitzt da sehr zentral, Lilli. Komm mal ein Stück zu mir, komm her. Prima, und warten. So, jetzt ist die Bahn frei. Tipp, 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 tipp. Ui, oh, cool. Hey, wird der mal besser. Hab ich gesehen. Ja. Gut. Na, dann musst du mal schnell wieder zu deinem Babyzwerg. Ach, kannst du ja eigentlich Zeit lassen. Papa hat übernommen. Gut. Okay. Ihr Süßigkeiten. Ja. Ja. Ja.